Wie geht es nach dem deutlichen Abverkauf weiter? Es ging so stark runter wie seit Juni nicht mehr. Das ist schon mal deutlich, als Tagesminus zumindest mal, was wir gestern erlebt haben. Aktuell allerdings ein wenigermaßen verheißungsvoll und wir können fast live jetzt hier eine Situation vielleicht uns mal angucken, die ich genau richtig finde für so einen Fall. Und dabei gehe ich nicht auf diese blauen Balken ein. Ihr habt ja gesehen, ich habe ganz viele von den blauen Balken vorgestellt, unter anderem einen davon im Trade des Tages. Darauf will ich aber jetzt im Moment nicht eingehen. Allerdings, ihr seht, dass wir im 5-Minuten-Chart ein sehr, sehr schönes Verhaltensmuster haben, das wir uns mal angucken sollten. Nämlich, nachdem wir die ganze Zeit scharf runtergelaufen sind, nur wackelig oder dreiwellig nach oben. Ich habe das ja schon ganz häufig mal erwähnt. Naja, da sieht man es vielleicht nicht so deutlich. Aber ihr seht schon, die scharfen Seiten sind runter und eher so dieses wackelige Hoch. Auch jetzt ist es umgekehrt. Wir haben eine scharfe Hochseite und eine wackelige Abwärtsseite und genau das ist das. Leider werdet ihr dieses Video zu spät sehen. Deshalb ganz häufig viele sagen, ja, das ist immer so unkonkret. Ich muss da klarere Daten haben. Gut, im Bond4Trading kriegt ihr das ja immer wieder und im Trade des Tages ja auch. Aber ich möchte ja, dass ihr eure eigenen Augen schult darauf und deshalb schlage ich euch diese Situation immer vor. Wenn ihr sowas habt und anschließend der Kurs wackelig in diese Richtung geht, ist das die schwache Richtung. Und sobald die schwache Richtung vorbei ist, sollte die eigentlich starke Richtung, das war ja zuletzt diese hier, sich nochmal fortsetzen. So, wir wollen aber nicht in der Fantasie bleiben. Wir gucken uns an, was hat er gemacht? Wir sehen Schub runter, wir sehen wackelig nach oben und demnach ist es eine sinnvolle Art und Weise, sich dem Markt zu nähern. Na, das war genau falsch geklickt. Da oben, das letzte Zwischenhoch ist eine Möglichkeit. Es gibt viele Varianten für den Einstieg. Manch einer sagt, ich gucke da gerne nach Fibonaccis oder Clustern. Wenn der Markt hier eine von den Fibomarken, dann ist sowieso ja so ein Einstieg relativ realistisch, dann könnte man sagen, okay, diese Marke wäre es gewesen. Ist nicht getriggert worden, da hat er nicht gedreht, jetzt hat er hier gedreht. Da kann man natürlich versuchen, ob man noch andere Einstiegsmethoden eben findet. Wir bleiben aber ganz simpel. Wenn wir fallende Hochs haben, ist es ein Abwärtstrend. Wenn wir fallende Tiefs haben, ist es ein Abwärtstrend. Wenn wir aber anfangen, in dieser Logik wieder steigende Hochs zu haben, das letzte Hoch war das hier, wenn wir hier drüber gehen, wären wir wieder bei steigenden Hochs. Damit wäre die Korrektur zu Ende und eigentlich müsste das bedeuten, dass dieser Kurs sich anschließend weiter nach oben fortsetzt. Typischerweise mindestens so lange wie die erste Bewegungswelle. Da hinten nochmal, das ist dieses sogenannte 100% Ziel. Wir sagen häufig Mindestziel dazu, weil wir sagen, also bis dahin wäre es ja relativ typisch, kann auch deutlich mehr werden. Aber ich sage mal so, entweder an so einem Punkt Gewinne mitnehmen oder aber wenn ihr sagt, Mensch, wir haben so viel Platz noch nach oben, haben wir ja in dem Fall, dass man sagt, ich lasse ihn notfalls laufen, die Position, aber ich ziehe den Stop nach irgendeiner Methode. Wir haben ja jetzt häufig darüber gesprochen, nach irgendwie einer Nachziehmethode. Das kann super Trend sein. Wenn ihr seht, in so einer Trendsituation ist das nicht schlecht, bitte geht nie davon aus, ja, aber da war es nicht optimal. Ja, das ist ganz häufig nicht optimal. Der ist halt auch nur gut, aber nicht optimal. Optimal gibt es an der Börse nicht oder eben nur ganz, ganz selten. Deshalb sucht euch eine Methode raus, zum Beispiel eben Parabolik, zum Beispiel Supertrend oder irgendwelche gleitenden Durchschnitte notfalls. Auch die sind zum Nachziehen eines Stops durchaus adäquat, weil ihr seht, in einem Trendverhalten funktionieren die gar nicht so schlecht. Zieht den Stop dann hinterher und sagt, wenn es weiterläuft, super. Und wenn er dann umdreht, hey, ich habe einen kleinen Gewinn gemacht, ist doch ebenfalls gut. Leider hilft euch das jetzt nicht mehr, weil bis ihr das Video seht, ist das natürlich wahrscheinlich nicht mehr umsetzbar. Aber es soll euch anzeigen, wie sowas typischerweise aussieht. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, das ist ja klasse, das hat er uns jetzt so häufig gezeigt und hier sieht das jetzt auch super aus, dann kann ich ja eigentlich keine Verluste mehr machen. Doch, das geht. Das geht sogar sehr gut. Aber typischerweise funktioniert das so. Das ist Punkt 1. Und wenn schon typischerweise, dann ist häufig das Chance-Risiko-Verhältnis ebenfalls vorteilhaft. Also, ihr könnt davon ausgehen, ihr müsst damit rechnen, dass das typischerweise mehr Gewinne gibt, als es Verluste gibt. Aber leider werdet ihr auf die Verluste nicht verzichten können. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz quer, wie es bei den anderen aussieht. Dann seht ihr, dass wir auch beim Russell eine ähnliche Situation haben. Sogar vielleicht viel schöner, weil es nicht so weit runtergegangen ist. Beim S&P eine ähnliche Situation haben. Da ist ein bisschen mehr wieder runtergegangen. Beim Dow eine ähnliche Situation haben. Und auch beim FDAX sieht das grundsätzlich ähnlich aus. Also, es ist jetzt nicht festgelegt auf diese Geschichte, sondern es ist im Prinzip in vielen, vielen Situationen aktuell. Das heißt, wenn ihr den einen verpasst habt, könnt ihr euch überlegen, ob ihr denn den anderen noch umsetzen wollt. Wenn ihr den einen nicht so praktisch findet vom Chance-Risiko-Verhältnis, dann nehmt ihr halt den anderen. Die Logik grundsätzlich ist die gleiche. Nämlich, ihr könnt erwarten, dass wir an der Stelle theoretisch das Ende dieser Korrektur recht realistisch haben. Das heißt nicht, dass der Kurs jetzt um tausende von Punkten hoch geht, aber immer Mindestausmaß, dass die erste Welle sich nach dieser Korrektur nochmal wiederholt. Und ihr ungefähr dementsprechend wüsst, das ist so die Mindestzielgröße. Und ein möglicher Stopp dafür, den ich ganz gerne verwende, das müsst ihr euch natürlich überlegen, ob ihr den gleichen machen wollt. Ich mache es mal ein bisschen größer. Ich messe vom tiefsten Punkt bis zum Einstieg. Und dann die 78er Marke. Das ist 78, 6er Fibomarke. Das wäre in diesem Fall dann ungefähr 4136,75 oder was auch immer. Das ist ja nur mal so eine Groborientierung dazu, dass man so eine Idee hat. Das heißt, das wäre ein sinnvoller Stopp, wenn der Kurs dann also nochmal runterkommt. Naja, hoffentlich nicht mehr so tief, sondern er läuft dann eher weiter. Wie gesagt, bitte geht, obwohl es so schön aussieht. Mensch, das sieht klasse aus. Das habe ich jetzt endlich mal verstanden. Es geht nicht immer. Also bitte hier nicht Haus und Hof in eine Richtung investieren, sondern seht es als eine Möglichkeit, die euch mehr Chancen bietet, als sie Risiken hat. Das heißt, rechnet damit, wenn ihr 10 Trades macht, dass in der Summe es positiv wird, aber zwischendurch auch mal mehrere Verlusttrades trotzdem noch möglich sind. Aber es hält euch eher in der richtigen Richtung. Und die scheint mir für heute Nachmittag in Anbetracht dieses starken Anstiegs und des sehr schwachen Rücksetzers eher nach oben ausgerichtet. So, damit haben wir es möglichst konkret. Ein bisschen Ausbildung, ein bisschen Einschätzung für heute, ein bisschen Überlegung zu den Stopp und Einstiegsmarken. Ich hoffe, das hilft euch. Euch alles Gute, liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.